So, jetzt kommt wohl die leichteste Aufgabe, nämlich wir müssen insgesamt 500 Gold ausgeben. Dafür natürlich einfach einen Automaten geben. Ist jetzt ganz bescheuert, was ich hier mache. Und ihr geht einfach hin und gebt halt all euer Gold aus. Der Automat ist halt jetzt leer, aber Munition geht noch. Und in dem Sinne müsste ich es eigentlich geschafft haben. Gebt 500 Bar aus, da ist auch schon die Lösung. Also, ich hoffe, ihr habt es verstanden. Wenn ihr 500 Gold habt, geht einfach dann zum Automaten hin. Gönnt euch und so habt ihr direkt schon ein paar Meilensteine auch erreicht. Und es gibt natürlich noch mal zwei Chips dazu, weil wir Saisonaufträge abgeschlossen haben. Ich hoffe, ich konnte euch damit weiterhelfen. Wenn ja, lasst doch gerne ein Like da. Schreibt von mir gerne was in die Kommentare. Und wenn du öfters was sehen willst, gerne ein Abo dalassen. Und dann würde ich sagen, bin ich jetzt erstmal raus. Ich mache mich weiter an die nächsten Aufgaben. Und in dem Sinne würde ich sagen, euch macht viel Spaß beim Leveln und haut rein. Erstmal schön durch die Wand gesprungen. Also in dem Sinne, haut rein. Also in dem Sinne, haut rein. Gut.